Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AIDA News. In unserer letzten Sendung konnte ich euch ja bereits einige Highlight-Bereiche auf unserer neuesten Kussmund-Schönheit AIDA Cosma zeigen. Und ihr konntet es sehen, es sieht in weiten Teilen schon großartig aus und aktuell werden hier noch letzte Handarbeiten angelegt und schon bald könnt ihr selbst unsere neue Schönheit entdecken. Falls ihr den Rundgang verpasst haben solltet, dann haben wir euch diese Sendung hier unten noch einmal verlinkt. Und auch in der heutigen Ausgabe geht es um alle News rund um AIDA Cosma. Wir sprechen über den ersten Lauf am 25. Februar hier in Hamburg und die anschließenden Metropolenreisen. Wir haben das Thema Taufe am 9. April und die Übertragung in euer Wohnzimmer hier im Programm und natürlich die Taufreise Richtung Mallorca mit vielen Highlights. Los geht's! Aktuell befindet sich AIDA Cosma noch in Bremerhaven und die Crew kümmert sich um den letzten Feinschliff, um AIDA Cosma für ihre erste Reise auf Hochglanz zu polieren. Voraussichtlich am 24. Februar wird sie Bremerhaven verlassen und macht sich auf ihre erste Reise in den Heimathafen Hamburg. Wenn das Meta mitspielt und weitere Faktoren, so wird AIDA Cosma am 25. Februar in den Nachmittagsstunden im Cruise Terminal Steinwerder erwartet. Ihr wollt sie nicht nur von außen bestaunen, dann packt doch einfach eure Koffer und ab dem 26. Februar bis Anfang April fährt sie wöchentlich unsere Metropolentour. Ich finde, das schreit nach einem ersten Date und nach einer Auszeit vom Alltag, oder? Und dann steuert sie auch schon langsam auf ihr nächstes Highlight in ihrem noch jungen Leben zu. Am 9.04., also eine Woche vor Ostern, taufen wir in Hamburg am Grußterminal Steinwerder feierlich unser jüngstes Flottenmitglied. Um euch allen in diesen besonderen Zeiten die Möglichkeit zu geben, dieses Ereignis mitzuerleben, übertragen wir die Taufe online auf YouTube und auf aida.de slash taufe. Ihr habt also die Möglichkeit, zusammen mit euren Freunden und Bekannten ganz gemütlich aus eurem privaten Heimathafen das Ereignis zu verfolgen. Im Rahmen eines hybriden Events verknüpfen wir die fantastische Live-Atmosphäre mit modernster Technik. Und unter dem Motto Die Welt wird bunter, erwartet euch eine fantastische Lichtshow, die nicht nur unser Schiff, sondern auch den Abendhimmel in ein Meer von Farben taucht. 300 leuchtende Drohnen und brandneue Beamlights lassen aida Cosma funkeln und schaffen eine magische Szenerie, die ihr während unserer 20-minütigen Übertragung aus den besten Kameraperspektiven genießen könnt. Die Inszenierung aus Farben und Licht wird von der feierlichen Taufzeremonie gekrönt, die aida Cosma, ihren Gästen und ihrer Crew ein Schiffsleben lang Glück bringen soll. Unsere Taufpatin Christina Vogel wird zusammen mit unserem Kapitän Vincent Zofalka die magischen Worte sprechen und aida Cosma feierlich in unsere Aida-Familie aufnehmen. Also tragt euch den 9. April ab 21.30 Uhr auf jeden Fall schon mal mit Rotstift in euren Kalender ein und macht es euch mit einem schönen, kaltgestellten Sekt euren Lieblingssnacks auf eurer Couch so richtig gemütlich. Und eins ist jetzt schon vorprogrammiert und garantiert. Gänsehautmomente a la Aida. Und falls ihr diesen besonderen Abend doch direkt auf Aida Cosma erleben wollt, dann ist unsere Taufreise nach Mallorca genau das Richtige für euch. Die Taufe von Aida Cosma ist der glanzvolle Auftakt für eine einzigartige Kreuzfahrt. Am 9. April gegen 23 Uhr heißt es dann am Cruise-Terminal Hamburg-Steinwerder leinenlos und Aida Cosma verabschiedet sich mit einer Ehrenrunde vor der Elbphilharmonie von der Hansestadt und nimmt Kurs Richtung Palma der Mallorca. Dabei geht es, wer hätte es gedacht, vorbei an Rotterdam-Seebrügge, Faust-Hemden, La Coruña, Lissabon, Malaga und Barcelona. Auf der 14-tägigen Reise über die Osterfeiertage können Groß und Klein sich über jede Menge Highlights an Bord freuen. Und das Ganze beginnt schon am Taufabend. Neben der fantastischen Lichtshow und der Taufzeremonie erwartet euch ein exquisites Taufmenü von unseren Gourmet-Paten Stefan Marquardt, Andrea Schiermeier-Huber und Franz Schneth. Im Beach-Club erwartet euch direkt am Taufabend noch ein ganz besonderer musikalischer Stargast. Hört selbst. Hallo, liebe Aida-Fans. Ich bin Alle Farben und ich freue mich schon sehr auf den 9.4. Da darf ich nämlich auf der Taufe der neuen Aida Cosma spielen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am 9.4. dabei seid und ich euch an Bord begrüßen darf. Also der DJ-Superstar Alle Farben wird diesen Abend mit seinem Auftritt im Beach-Club abrunden und unvergesslich machen. Wir freuen uns riesig, euch dieses Ereignis und dieses Highlight zum Motto Die Welt wird bunter zu präsentieren. Und genauso spektakulär geht es auf dieser Reise weiter. Unsere Gourmet-Paten Stefan Marquardt, Andrea Schiermeier-Huber und Felicitas Ten werden euch nach allen Regeln der Kunst kulinarisch verwöhnen und tolle Aktionen an Bord umsetzen. Auch musikalisch steht einiges auf dem Programm. Star-Pianist Joja Wendt wird vom 17. bis 23. an Bord sein und exklusive Konzerte geben. Und auch Aida-Rockstar Wayne Morris wird das Theatrium so richtig zum Beben bringen. Und wem das nicht reicht, der kann sich über Gletscherfetzer im Brauhaus freuen. Komedien Niko Formanek wird eure Lachmuskeln herausfordern und natürlich könnt ihr euch auch auf unvergessliche neue Show-Erlebnisse mit unseren Aida-Stars im Theatrium freuen. Auch Rainer Meutsch wird an Bord sein und von seinem Abenteuer Weltumrundung berichten und viele Einblicke in die Arbeit unserer Herzensinitiative Cruise & Help geben. Ihr merkt, neben Aida Cosma spannenden Destinationen gibt es an Bord so viel zu erleben. Es gibt also keinen Grund, auf der Taufreise von Aida Cosma nicht dabei zu sein. Und alle Informationen zu diesem Thema findet ihr nochmal unter aida.de slash taufe. Also wir sind auf jeden Fall voller Vorfreude auf Aida Cosma und freuen uns schon, euch bald an Bord begrüßen zu dürfen. Und bis dahin versorgen wir euch auf diesem Kanal natürlich über alle Informationen und News zu unserer Jüngsten. Bis dahin ein herzliches Ahoi und Grüße, euer Yves.